Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu Hunt Showdown, heute mit Jäger Brammen. Hallo. Oh Gott, Alter. Ich will nicht sagen, das Spiel treibt mir jetzt schon ein hohem iges Gefühl ins Gesicht. Ja, Katze, glaube ich. Hier vorne haben wir so einen Clou. Ja, nice. Okay, ich kann nur mal nachladen. Ich konnte das auch tatsächlich. Ich frag mich auch, warum zum Fake das Haus, äh nicht das Haus, die Muni nicht ganz aufgeladen ist. Ja, ist alles gut. Alles gut. Du hast keine Taschenlampe, ne? Wir haben jetzt hier einfach mal random eine Map gestartet. Rechts von uns sind Gegner. Also ich habe gerade da die Raben gehört. Ah, und die Schüsse. Was ist das denn für ein Vieh hier vorne? Ja, das sind Monster. Versuche hier gerade den Clou zu finden. Da war doch hier irgendwo. Ne, der ist noch ein Stück weiter in die Richtung. Ja, ich war verwirrt. Sag mal, du hast ja gerade das Tutorial dir angeguckt. Kannst du mir noch mal schnell sagen, wie ich nach dem Rechtsklick nochmal dann in die richtige Ziehplastik-Zieber reingehe? Ah, Shift war die Taste, genau. Die habe ich gerade, die fehlte mir gerade. Alles klar, super. Guck mal, hier liegt Stuff. Geil, ja nimmer. Das ist ne Lampe. Wir sehen wieder was. Und hier eine schöne Axt. Ein Hammer. Ja, dann nehme ich. Na, scheiß auf die Lampe. Warte, es sind noch ein paar Monsters. Bist jetzt der Clou. Links in dem Haus ist der Clou. Ja, müssen wir hin. Das scheint ja der für Waffe. Für alle, die nicht wissen, was das ist hier, das ist ein, äh, ja, ein kleines Battle-Royale-Spiel, würde ich sagen. Äh, im Duo jetzt gerade bei uns. Ich glaube nur mit 10 Spielern oder 16 Spielern oder so auf der Map. Ganz wenige. Oh, fuck. Wir haben die Raben aufgeweckt. Das hören alle. Und wir müssen quasi einer Jacht nachgehen. Wir müssen eine Spinne jagen. Ach du Scheiße. Okay. Alles easy. Wir müssen schon mal richtig. Wir sind schon mal nicht schlecht. Okay, der andere Clou ist hier in die Richtung. Durch das Haus durch. Ah, haha. Da sind wieder Töpfe. Ich seh überhaupt nix. Es ist so scheiße dunkel. Da, ich komm. Hinter dir. Äh, wenn jetzt hier gleich irgendwelche Typen kommen, ne, scheiß ich mir so in die Hose. Ja, was ist das denn da, Alter? Das sind, das sind die bösen Hunde, die können auch angreifen. Ja, dachte ich mir. Ich muss sagen, die Performance hier hat sich echt gebessert. Ich bin sehr zufrieden. Da hinter dem scheiß bösen Hund ist der scheiß Clou da. Echt jetzt? Äh, rechts ist auch noch einer, aber der, der, der sieht, ja, da müssen wir halt mal vorbei. Pass auf, ich kipp dir mal. Pass auf, das sind die Raben. Die sind die Raben. Die sollten wir nicht aufwecken. Ah, die werden schon wach. Wir sollten einfach, pass auf, ich zeig dir jetzt gleich mal, ich knüppel den Hund nieder. Pass auf. Pass auf. Der sieht mich nicht. Der riecht mich nicht. Der ist ganz, das ist ein lieber Wauzi. Hallo. Äh, äh. Oh Gott, oh Gott. Okay, warte, er hat mich. Zack. Oh, scheiße. Aua. Okay, er hat mich vielleicht getroffen, aber vielleicht habe ich ihm auch eins abgeknüppelt. Okay. Rechts ist auch noch einer. Was? Hier ist noch einer. Rechts ist, ja, rechts ist auch noch einer. Und du hast gerade die Raben aufgeweckt. Alles gut, alles gut. Hinter uns sind die, die Jäger. Okay, komm. Scheiß auf die anderen, ey. Alles gut. Die kommen schon noch, keine Angst. So, hier. Ja. Da ist der Clou. Hey, nice. Hast du ne Geil? Alter, hast du ne Silence Reapen? Ja. Ja. Mega nice. Alter, wir sind hier immer noch gut. Wenn du Tab drückst, und Glück. Okay, wir müssen den nächsten Clou finden. Wo ist der denn? Da, rechts. Ich seh keinen. Da. Hier in die Richtung. Ja, ja, ja. Ja, weniger Monster. Was schreit denn hier so, Alter? Ja, hier ist ein Friedhofraben. Was denkst du denn, was hier rumschreit? Die Satanisten feiern hier Partys. Hat er gehört? Hier, hier. Ja. Ich snacken. Ähm. Ähm. Raben. Ja, mach sie weg. Raben? Das ist ein Monster. Hier sind zwei Monster. Alles klar, ich hab sie. Ich hab sie. Okay. So, wir wissen jetzt, wo das Monster ist. Im Krematorium. Im Pitching-Krematorium. Oder so. Ich bin fast tot, Alter. Ich hab auch nur noch einen Balken, aber das ist ein Balken, ist ein Balken. Weißt du? Das reicht. Ganz klar für die Spinne. Wir müssen jetzt hier, äh, nach Westen, Bram. Hier lang. Okay, aber könntet ich sagen, gleich auch andere Leute kommen? Nochmal ran. Ja. Dann vielleicht auf die Warten. Dann müssen wir auch nochmal ran. Wir können natürlich auch auf die Warten. Wir können alternativ ficken wir jetzt das Monster. Ja, okay. Sind wir jetzt hier Camper, oder was? Nee, ich weiß nicht, wie das hier... Was ist das denn? Ich komm hier fest. Ich kann hier nicht mehr weg. Nein! Okay. Tschüss. Jetzt haben wir so wenigstens den Weg frei. Hier vor... Hier vor uns ist direkt wer... Ah, nee, es war nur ein Zombie, der sich hingesetzt hat. Weil er hat sich so schnell bewegt. Ich dachte, das wäre... Das hört sich ganz an, als wenn die Scheißspinne neben uns rum trippelt. Ja, die trippelt ja auch direkt neben uns rum, Bram. Die wird hier irgendwo sein. Ich hörst doch schon irgendwas schlabbern. Ja, ich weiß. Ich hörst auch schlabbern. Oh, Jonathan Affeld, Alter. Lauf du jetzt mal vor. Kill the Spider. Okay, Target found, Bram. Wir haben sie jetzt hier irgendwo. Irgendwo hier drin ist die Spinne. In dem Raum. Ich würde sagen, weiter rechts. Ja. Wo? Schieß sie ab. Hängt sie an der Wand. Ah! What the... What the fuck? Sie kommt! Sie hat mich vergiftet. Schieß auf die Spinne, Bram. Ich muss nachladen. Ich bin vergiftet. Ja, ich auch. Aua, aua, aua. Kann ich nicht giften, oder? WCF! Die Save haben wir uns. Über dir! Wo? Was? Wo ist Üdem? Nicht Üdem, über dir. Was zieht der jetzt hin? Siehst du sie? Nein. Ah! Er hat irgendwas gerade geschrien, Alter. Was knarzt denn hier so, Mann? Der Boden. Ich weiß das doch auch nicht. Wo ist die jetzt hin, Mann? Hey, das ist Munition. Ah, erstmal snacken. Ah, shotgun. Scheiße. Lebst du noch? Äh. Hä? Ihr könnt doch nicht einfach abgehauen sein. Oh, was ist der denn? Was denn? Wo denn? Oh, scheiße. Ich hab hier kein Licht, Alter. Ich brauch hier Licht. Wo ist hier die Lampe? Ich hab irgendwo ne Lampe gesehen, der hat gerade. Fick de scheiße. Hier, pass auf. Hier war ne Lampe. Alter, soll ich schon scheiße für mich? Bram, komm mit zu mir. Ja, ich komm zu dir. Leuchten wir nach diesem Fickvieh. Das ist doch nicht wahr. Was ist das denn? Siehst du das auch? Über dir? Über mir? Ja. Ist sie das? Ja, sieht so aus. Ich glaub, die hat's wäre verpackt. Ja, komm, Racken. Schaffst es. Muss kurz schießen. Äh, nachladen. Immer drauf, Fran. Auf die wehrlose Spinne. Das macht sie jetzt gar nicht mehr so grausam. Wenn die da so festdenkt. Dings. Das ist natürlich einfacher. Oh. Bei Munition. Alter, wie viel Schuss denn das fiel bitte aus? Ja, also ein bisschen was. Oh. Jetzt bin ich nochmal dran. Immer schön aufs Beuch bleiben. Ah. Kann er dann nicht. Ja, guck mal hier. Easy game, Bram. Easy game. Hast du gut gemacht. What the shit, Alter? Ja, nice. Haben wir besiegt. So, jetzt müssen wir sie banischen. Okay. Müssen wir uns jetzt hier irgendwo hinkämpfen, Bram. Jetzt können die Gegner kommen. Oh, scheiße. Das war schon mal richtig klug wieder. Ist hier nicht nochmal irgendwo am Munation? Ich muss sagen, grafisch und von, 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 hast du den Schuss gehört? Ja. Okay. Wir sind nicht alleine, Bram. Also grafisch von der Atmosphäre her kann das Ding einiges. Oh, Bram. Sobald wir die Dinger uns gezockt haben. Ich weiß, sehen die uns alle. Ausgänge laufen. Zu welcher? Wir sollten. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also die Ausgänge sind, willst du mich verarschen? Die Ausgänge sind nur im Norden. Wie lange dauert denn das Banishing, bitte? Ja, das dauert. Meinst du, das wäre ein einfacher Job hier, das Handen, oder was? Oh, Gott, ey. Du musst einfach jetzt nur aufpassen und gucken, ob irgendwer hier Töne macht. Mach schon mal das Spiel ein bisschen lauter. Jetzt spiele ich auf Max. Du musst hier einen Schritt hören. Hast du alles nachgeladen? Ja. Okay. Alter, wird das immer heller? Ich habe auch noch einen Molly. Alles gut. Ich habe Dynamit. Ich kann auch mal, wenn wir damit anfangen wollen. Wir werden uns gleich hart bekämpfen. Ich bin da unten. Nein! Von wo? Weiß ich nicht. Scheiße, Mann. Ich habe nichts gesehen oder gehört. Ich bin einfach rumgefallen. Fuck, Mann. Das kann doch nicht jetzt sein. Bist du noch tot? Kann man dir noch retten? Kann man dir noch retten? Du kannst doch helfen. Dann wird auch angezeigt, wie viele Meter du entfernt bist. 17. Aber ich habe jetzt Angst, mich da hinzubewegen, ehrlich gesagt. Was war das denn für ein sneaky Bastard? Alter, ich habe da was gehört. Ich werde mir gleich die Zunge abbeißen. Live in einem Video. Ich habe das alles okay. Von wo, wo denn? Wo denn? Ich hab nicht mal den gesehen. What the fuck? Ich hab nur einen Schuss abbekommen und dann noch einen. Was ist denn falsch mit denen? Ja, das war die erste Runde. Boah, lebt mich am Arsch. Wir haben die Spinnen gekillt, Bram. Es geht weiter. Boah. Nein, hab ich nicht. Sieht ein bisschen so aus. Hand, Bram. Ja. Direkt hier im Nordwesten. Oh, man, okay. Jetzt wirst du ein bisschen aufpassen, Bram. Das war jetzt gerade echt fail. Die Runde, die wir rausgeschnitten haben. Mama! Make your shots count. Das ist easy. So macht man das. Fabian, du hast es nicht verdient zu leben. Ja, genau, Bram. So macht man das. Jawohl. Natürlich geil getroffen in den zweiten. Zack. Immer ins Gesicht. Zielen ist auch gar nicht so... Das ist schon wieder so ein Vieh. Direkt mit diesen Mücken. Nee. Das ist noch mal. Das ist nicht noch mit den Fliedermäusen. Doch, das Vieh hat so Mücken. Doch. Da war das Vieh mit den Mücken. Ja, das ist das. Ja, ja. Aber hier sind sie weg. Gehen sie es nicht mehr auf den Sack. Okay, 33. Das ist so easy, ja. Oh, das ist so atmosphärisch, dieses Drecksgame. Oh, schon richtig schön raus... Schön einen rausgekloppt. Ja. Mir ist es schade, wenn solche Spiele mit so viel Bugs beginnen. Dass solche Spiele dann nachher in der Vergexenheit landen. Ähm. Landen. Ähm. Haben wir. Ja, das hat leider ein bisschen Schutz. Nice, Bram. Einfach Rücken an Rücken stehen und alles abballern, was geht. Sollen wir die, 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 äh, Klingel läuten? Was willst du? Ja, mach mal. Oh, ich hab hier... Ammo. Alter! Die sind hier alle gerade roh aufgeschrieben, oder? Die kommen hier jetzt alle! Bram. Ja, lass doch einfach hier hinten langkaufen. Hier ist so ein fettes Vieh. So ein richtig fettes Vieh. Leute, ich bin down! Leute, bei mir ist hier ein Ding. Ach, auf mich wirklich, auf uns ist geschossen. Ah. Lass es mal in die Klingel läuten! Lass es alle machen. Lass es mal in die Klingel läuten! Gute Idee! Hand! Mama! 45. Das ist ein Clou. Dann let's go. Dann weißt du, wie hier wieder irgendwelche Spanzen sind. Tag, sowas ist hier echt deutlich weniger gruselig. Ja, ja, warte mal ab! Es gibt hier auch dunkle Ecken, Bram. Ach, so sind die Tags aber viel weniger Leute, oder? Nee. Links sind Hunde. Lass mir die Treppen hoch. Vorsicht, da ist so eine Olle. Hast du einen? Schön einen wegkloppen. Oh, ja. Hier rechts ist der andere. Ja, hier vorne in dem kleinen kaputten Gebäude ist ein Clou. Da vorne sind zwei Viech. Da ist so ein Fetti! Der ist nicht cool. Sag ich dir schon mal. Der ist wirklich nicht cool. Das Dynamit. Schieß auf die roten Fässer. Jetzt! Ich habe einen Hammer in der Hand. Gut, dann mache ich das. So, haben wir. Von da hinten kommen noch welche. Einer. Haben wir. Oh, hier unten ist auch noch einer. Hier unten ist auch noch einer. Ich kriege schon mal Clou. Den einen machst du. Cool. Ich weiß noch. Ich habe einmal in der Clou's Beta diese Fett so angegriffen. Der hat mich einfach komplett gerackt. Der 300 ist der nächste Clou. Rück dich vorne. Wo? Hier oben in der Wand drin. Hä? Ich würde gerne einmal... Was ist das denn jetzt gewesen? Na, ich komme zu dir. Du hast es. Ja. Was? Sehr gut. Lass mich. Ich würde gerne einmal in die Kirche reingehen. Munition zu suchen. Brauchst Shotgun Muni? Nee, ich brauche äh... Winchester Muni. Geil. Hast du das Ding angemacht? Ja. Einfach nur mal auf Spaß wusste ich, dass das geht. Das ist mega nice. Angenehm sieht das hier aber auch nicht in der Kirche aus, also... Hier ist Muni. Ja, bei der Shotgun Muni wieder. Ja, komm. Scheiß drauf. Wir finden schon welche. Mal hier rausgehen. Norden. Genau in Straighten Norden ist noch einer. Mal hier nicht raus. So, Musik ist fertig gespielt. Geil, Alter. Hinter dir. Krass. Ach, Mann. Steht aber die auch in der... In dem Boden? Nee. Der Stadtteil im Boden hat gewunken. So, ich habe jetzt auf 330 habe ich einen und auf... Vorsicht. Ja. Munition. Das war close. Das war da rechts. Das war im Nordosten, das waren wir. Glaube ich. Wir müssen echt jetzt aufpassen. Wir sollten nicht schießen. Wegen den Zombies da links. Ja. Oh, hier sind schon wieder Raben vor uns. Vorsicht, Raben. Alles klar. Oh, Leute. Die. Ich habe so links auf die Frauen geguckt und auf den Clou, dass ich das nicht gesehen hatte. Warum quatschen da oben in der Luft? Oh, hier waren wir hier im Busch, Bram. Fuck. Leute, der trefft mich an. Was ist, Bram? Nice. Der Hammer ist auch nice, ey. Ja, der ist auch mega nice. Der ist ja vorne in der Barn. Ja. Deckt hinter dir. Komm, wir gehen jetzt rein, ohne dass wir entdeckt werden. Ja, natürlich. Of course. Da oben ist ja so eine Rabenhure. Na, ich mache jetzt nicht den Generator an. Guck mal. Oh, Leute, wir sind direkt am Batscher. Holy shit. Nice. Best to interact. Ist das hier? Soll ich mal F drücken? Ja, die Lampe ist das. Was ist denn hier in der Lampe? Wie? Was war das denn? Okay. LOL. Wir haben beschossen. Ja. Äh, Norden direkt auf dem Dach. Ich habe gehitt. Er hat mich. Scheiße. Oh, jetzt habe ich ihn wenigstens einmal gesehen und gehittet. Ich habe mir direkt einen Headshot gedrückt, die Sau. Oben auf dem Dach. Ich kann es mir hier hochhelfen sonst. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Nice. Habt ihr ihn gehittet? Kann ja nicht sein. Leben hat er denn. Ich glaube, das war der andere. Ich bin auch auf dem Dach über dir. Über mir ist einer. Nee, da bin ich. Achso. Haben die sich jetzt verpisst, oder was? Goll, der ist da. Willst du mich verarschen? Ich habe doch nur einmal gepiekt. Der ist immer noch da oben. Oh, Mann. Jetzt nicht. Oh, nee. Jetzt kommen nicht die Vögel. Jetzt wird mich die Vögel. Jetzt wird mich die Vögel. Alter, das sind Mückenbram. Auch gut. Ist doch Wurst, was das ist. Das ist doch Lutsche. Oh, Mann. Würde ich gerade wieder aufheben. Ja. Alter, ist das unlucky. Ach, Gott. Du spassst die Waffen. Hand, fickt down, Alter. Hand. Wir haben aber gar nichts gemacht, Alter. Oh, direkt hier vorne ist der erste Clou. Und Gegner. Ich habe drei First Aid Kits dabei. Nice. Irgendwie konnte ich nur eins benutzen. Gerade. Leider. Keine Ahnung, warum ich das dritte nicht benutzen konnte. Okay, ich vermute einfach mal in der Scheune. Ja. Boah, da ist wieder so eine Mückenfotze. Ja, schießt du die Garten? Kommen die Viecher an? Ja, anders. Das wollte ich jetzt auch ausprobieren. Auf die Distanz. Ja, auf den kann man vielleicht scheißen. Ein bisschen Glück. Hier, alles abschießen. Die Kondition ist immer knapp. Ja, ich schieße deswegen auch nur mit meiner Pistole auf die Gegners. Das ist so dumm. So, wo ist der Clou? Ah, hier direkt. Hab ihn. Warum sollte man eigentlich diese Dinge alle anmachen können? Was bringt mir das? Ich verstehe das immer noch nicht. Das ist doch geil einfach, wenn du interakten kannst mit kranken Scheiß. Mach mal an. Hier geht er nicht an, oder? Ja. Nice. Da geht er halt nicht an. Alter, was ist denn hier eigentlich los? Da ist ja unten mit einer gebumst oder so. Ja. Okay. Boah, Alter, Bram, Südwesten. Ganzes Stück. Oh, ja, ganz hinten. Ja, lass die Mistkuma kaputt machen. Soll ich einfach weiterlaufen? Irgendwie läuft uns eigentlich nicht mehr. Ja, stimmt. Bitte lass das jetzt nicht einfach irgendwen wieder treffen. Bram, kannst du mal gucken, ob das Pferd noch lebt? Du hast gerade das Pferd getötet, Alter. Okay. Ja, jetzt lebt es nicht mehr. Tripmeteor. Ich weiß, wer da ballert an da rum, wa? Ja. Das war jetzt echt ein bisschen herzlos, Bram. Ich hab's erlöst, Alter. Ah, okay. Das kann ich vertreten. Das hat sich aber doch nur ein bisschen gebadet, Bram. Stimmt, man hat sich gesund, hat das, wa? Ja. Alter. Scheiße. Ich seh die nie. Tut mir voll leid. Der, nein, das ist ja bei mir nicht anders gewesen. Die müssen wir, glaube ich, machen, die Mücken, Bitch. Da auf dem Steg, oder? Ja. Bram, die Schorm, die kommen. Nein. Nice. Okay. So. Hier ist Amu. Ah, nein, hab ich jetzt schon nichts. Okay, da geht er aus. Da vorne. Ja. I'm right behind you. Jawohl. Ich bin tot. Oh! Von wo, Alter? Ich bin runtergefallen. Oh Gott. Von wo hat der dich denn jetzt abgeschossen? Willst du mich voll verarschen? Weiß ich nicht. Wir haben nur gesehen. Er ist doch nicht deren scheiß Ernst. Egal, ich komme gleich zu dir, Bram. Bestimmt. Das ist doch nicht deren fucking Ernst jetzt. Ah! Oh! Alles gut. Er hat wenigstens unendlich viel Zeit scheinbar, dich aufzunehmen. Das ist schon mal ganz nice. Mh. Trotzdem habe ich versucht, mich zu leben. Oh, oh. Nein! Das war jetzt ganz unauffällig. Oh shit, das Fiesler immer noch am Leben! Okay. Ist er ja im Busch gewesen? Nein, im Busch. Was denn? Von wo? What the fuck? Okay, komm. Eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Das kann doch nicht sein. Oh Gott. Weißt du? Nachdem wir beim ersten Mal so unfassbar gut lief, dachte ich eigentlich so, geil. Jetzt ist das ja immer so, weißt du? So, dass man zumindest bis zum Boss kommt. Am Sack. Wir müssen, jetzt müssen wir viel vorsichtiger sein. Das ist schlimmer als jedes Battle Royale-Spiel hier. Hand! Direkt vor uns. Direkt vor uns ist schon mal immer gut. Oh shit! Alter, du verarschst! Alter! Wie viel hält die aus? Okay, stop bleeding. Alles klar. Okay. Das war ein bisschen surprising jetzt. Ich dachte mir, ich spiele jetzt doch nicht mit der Shotgun. Aber eigentlich hätte ich dann doch mit der Shotgun spielen sollen. Ich sollte auch die Headshots einfach mal machen. Macht sie. Ja, make every shot count, weißt du doch. Ja? Oh, guck mal, hier kennen wir uns doch schon aus, Bram. Da vorne ist wieder eine von den komischen, verkackten Huren-Zwiebel-Müttern da. Oh, hier vorne ist auch wer. Ui. Alles klar. Shotgun geht gut ab. Das ist noch so eine Zwiebel-Mutter. Da oben auf dem Dach hier. Sehr gut. Nice. Sehr gut. Okay, hier müssen wir rein. Ja. Alter, der schreit hier schon wieder so. So, investige. Hier ist einer von denen. Hier ist einer von denen. Okay. Ähm. Ja. Ja, willst du nicht mehr so viel leben? Hier ist auch Health direkt. Wo? Direkt hier. Wo ich stehe. Wie direkt hier, wo du stehst? Hier ist doch... Hä? Ich stehe instant... Ich stehe neben... Ich stehe über dir. Ja? Ich stehe... Wo bin ich unten? Ich krieg Schaden. Ich bin down. Du bist doch unten. Ich war oben. Oh, okay. Ich war bei dir neben dir. What the fuck? Okay. Da hat der Spiel wohl gebackt. Da ist so ein Vieh bei mir unten, Bram. Das hat mich wohl niedergestreckt. Aber du machst das schon. Ja, nice. Jetzt bin ich wieder oben. Bei mir bist du... Lol. Echt? Bei mir bist du unten. Das ist mega buggy hier. Bei mir ist das Vieh oben. Hilfe! Das Vieh kommt zu mir, Bram. Rette mich. Ich stehe neben dir. Bei mir jetzt. Hier kommt so ein Vieh. Nice. Okay, du musst mir genau sagen, wo ich langlaufen muss. Ich back hier nur... Jetzt stehe ich neben dir, oder? Ja. Oh, ich bin wieder richtig gebackt. Alter. So, ab nach oben. Helfe dich holen. Ja. Was war das denn, Mann? Die ist hier. Ja. Geil. Oh, nice. Das habe ich jetzt gemacht. Geil. Geil, geil, geil. Gut. Das war jetzt ein bisschen stressig. Äh, 72. Hm? Hallo? Rechts, komm. Auf den gehen wir dicken Fick, oder? Ja, sollten wir. Sollen wir noch mal läuten? Ich würde sagen, nein. Warum tust du mir das an? Klingelingeling, klingelingeling. Hier kommt der Heiermann. Hier ist doch schön hier. Das ist wie in New Orleans, Bram. Auch Sumpfe. Hier sind doch zwei Clues. Das ist doch nice. Erst links oder erst rechts? Das ist mir egal. Dann machen wir erst links. Costa Rica kennen wir uns ja schon aus. Das ist ja sehr schön hier. Ich glaube, hier direkt vor uns können wir hochgehen an dieser Leanne. Oder ist das eine Leiter oder so? Daryl Livestock-Raben. Also nochmal Raben. Oh ja. Gut gesehen. Oh, okay. Alles klar. Nice. Händen sind aber nochmal Raben. Lass da auch nochmal durchlaufen. Wir wissen jetzt eh alle, wo wir sind. Was hat hier geschrieben? Den muss ich ja jetzt abballern. Kommen wir nicht an den vorbei. Ja, mach. Jawohl, hier. Investigate. Okay, Bram. Wir müssen so zu Mr. Fish & Sun in den Nordwesten. Oh, hier genau richtig. Das ist doch genau der richtige Weg, wo wir gehen müssen. Einfach gehen. Oh Gott. Hier ist so eine alte. Ja, komm. Let's go. Ich muss sie erschießen. Okay. Hast du sie? Was ist das hier eigentlich? Ich will das mal wenigstens nutzen. Ach du Scheiße. Okay. Ganz unaufhängig. Das war jetzt vielleicht nicht das Klügste, was ich gemacht habe. Gebe ich ja zu. Alles gut bei dir? Ja, ja. Bin einfach links an den Blick vorbei gelaufen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. In die Raben rein. Hinter dir ist noch so ein Vieh. Oh, daneben. 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 Getroffen. War ja nur vier Schüsse. Kein Problem. Okay, wir kommen jetzt langsam aber sicher auf. Aber da sind glaube ich schon welche. Ja. Ja, genau Schüsse. Wollen wir mal. Jetzt campen wir dann da uns jetzt hin? Oh, hier warte ich jetzt nur. Oh, Schocker-Bulli. Jetzt sagen wir laufen da gleich richtig schön dran hin. Alles klar. Und snacken die jetzt. Warum denn nicht? Ja, da hat auf jeden Fall jemand geschossen. Scheiße. Das nervige Bleeding. Wir müssen nur ein paar Hunde braben. Da ist auch nicht mehr so viel Munition. Hier geht es. Nein, 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 nein. Alles gut? Ich bin fast down. Scheiße. Ram, ich brenne. Ja. Scheiße, Mann. Da kommt noch einer. Voll am Arsch. Mann, ich seh hier jetzt gerade los. Okay. Alter, ich hab fast kein Leben mehr. Oh, Mann. Alter, wir sind fast da. So weit sind wir schon lang nicht mehr gekommen, möchte ich mal sagen. Das ist Licht. Das wirst du echt ausmachen jetzt. Alter, das sieht dich doch jede Sau. Bram, 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 Bram. Ja, warte. Alles gut. Hier ist so ne... Nicht gut. Nice. Das war gut. Oh. In yourself. Okay, ab jetzt bin ich mal leise. Ja, okay. Dann bin ich jetzt auch leise. Okay. Ich glaub, die Kämpfe gehen in den Batsch, da. Hält sich so an, ja. Dann schleichen wir uns mal da ran, oder? Ja. Gucken, ob wir da mal wenigstens wenigstens snacken können von denen. Sagen, in einem großen Haus. Ja. Aber die haben ja noch nicht da rum. Scheiße, da vor uns ist ein Typ, aber die knüppel ich nieder mit der Hand. Okay. Ist... Ist hier drin. Wollen wir nicht lieber hochgehen und von oben reingucken? Ja, okay. Cool. Ja, das war ganz kurz warten. Also auch so Umgebung erst mal gucken. Ja, ich muss sagen, ich muss sagen, Connection fällt zu Gameserver. Ja. Okay, okay. Einfach okay drücken. Okay. Ich dachte schon, ey. Kannst du dich noch bewegen? Guck mich mal an. Ja, so ein Megaruckel. Ja. Ich guck dich gerade an. Okay, du bewegst dich nicht mehr bei mir. Ich bin gerade durch die Knochen durchgelaufen. Vor dir. Ja, ich seh dich nicht. Oh Mann, echt jetzt? Ja gut, dann behalten wir da mit der Hand. Boah, really? Okay, das Spiel ist echt noch nicht fertig. Schade. Boah, das ist jetzt mega bitter. Ach. Man, wir haben uns ein paar gute Erlebnisse dabei. Wir gucken uns sicher noch mal an, wenn es noch fertig ist. Aber aktuell sind die Gegner entweder zu stark oder das Spiel, wie jetzt gerade bugged hat, dann doch noch. Schade. Ja. Und dann bedanken wir uns und haut rein. Ciao. Tschüss. So, aber jetzt hier, pass auf. Boah, hier. Geil, ne? Kann mir auch mal ein bisschen Gas geben. Alter, hau, Spaß. Günstel dir das richtig geil, die Spider-Junge, ey? Dann kommt dir so ein wichsamer und fickt dich anal. Fahr einfach komplett surprise-butt-sex. Ja, das war krass. Oh ja. Da sind schon welche, oder? Ich meine, da habe ich welche laufen sehen, Bram. Vorsicht, in dem Haus. Bin mir nicht sicher. Ja, ist keiner drin. Dann habe ich Paras, sorry. Alter, was ist denn hier passiert? Ist hier Perch Night oder was? Warum schreckst du die Raben auf? Ich bin vergiftet, Bram. Was ist das denn? Alter, das tötet mich. Ich bin fast down. Von rechts. Ich bin down. Die Mücken-Ficker. Alter. Alter, das ist jetzt von scheiß NPCs gebummst worden, Bram. Fuck, das war voll Fail. Cutten wir raus. Das war voll Fail. Cutten wir raus. doo. attempted Vert sweatshirt. Hat der schadian Neejjjjjjjjjjjjjjjjjjja. Ich kann nur kurz schzipieren. 畅hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Vielen Dank.